Herzlich Willkommen auf Michaelswelt. Heute mal was völlig Neues. Ich habe einen weißen Karton. Ich zeige gleich natürlich, was da drin ist. Meine Hand habe ich da drauf, weil meine Adresse ist egal. Die kann man im Internet sehen. Aber da ist ein Teil der Absenderadresse drauf. Bestellt habe ich übrigens dieses Paket vor etwas längerer Zeit. Das sollte am 3. März habe ich es bestellt. Es sollte 30 Tage Lieferzeit haben. Heute haben wir den 23. März. Und ich kenne mich ja mit Chinesisch oder Japanisch oder so überhaupt nicht aus. Aber das heißt bestimmt, Entschuldigung, dass das etwas länger gedauert hat. Muss ja. Ist ja ein grüner Punkt. Toll. Ich habe die Umverpackung weggemacht und bin genauso schlau wie vorher. Ich habe was bei Lestie bestellt. Also www.lesdie.com Die haben die wildesten Sachen. Und ich habe zwei Sachen bestellt. Und die könnten unterschiedlicher gar nicht sein. Und ich weiß natürlich nicht, was in welchem drin ist. Das heißt, ich mache gleich einfach eins auf und das wird zuerst gebaut. Das ist auch wieder typisch Michael. Das eine, was ich mir bestellt habe, das ist von dem Mock 131299. Das ist relativ bekannt. Das ist hier diese Riesenburg. Ich habe mir das Modul A1 bestellt. Das Ding besteht aus so einer 26 Modul oder was. Kosten Schweinegeld, wenn man alles zusammen macht. Ich wollte aber das Modul A1 haben, weil das eigentlich mit der Burg gar nichts zu tun hat, sondern nur Landschaft. Und das andere ist ein Interceptor von Mad Max. Also das gelbe Wiegelchen. Welcher welcher ist, weiß ich nicht. Ene mene muh. Und damit fangen wir an. Das heißt, der wird gleich ausgepackt. Und man muss sich ja immer, ich mit meinen Schwenks, das kennt ihr nicht. Man muss sich ja beim Bohnen immer stärken. Das kennt ihr. Ihr kennt ja, ich habe sonst immer die Hellentaste. Ich habe mal einen Kurzelob mit meiner Frau gemacht. Genau, wir waren in Dänemark. Eine neue Tasse. Ich habe nämlich nichts gegen Lego Steine. Gegen das Gebaren und der Preispolitik sehr schon. Und die Tasse fand ich toll. Und dann habe ich mir die gekauft. Auf geht's. So, Karton aufgemacht. Gelbe Teile. Das kann nur der Interceptor sein. Im Karton. Nicht, dass ihr meinen Code verwendet. Ist so ein QR-Code. Und das schon wieder das, was mich nervt. Ich muss den jetzt abscannen, damit ich das irgendwie als Anleitung habe. Dann kriege ich die PDF-Anleitung. Ja, warum finde ich das doof? Weil ich das wieder mit meinem Laptop nicht hinkriege. Das heißt, ich werde das mit dem Handy machen. Dann habe ich auf dem Handy die Datei. Und die Datei dann letzten Endes auf meinem PC. Komplizierter geht es nicht. Die Plastiktüge drumherum. Fühlt sich sehr abgegriffelt an. Und über die Teile, Qualität und so werden wir dann berichten. Natürlich keine Baugruppen. Alles wild verpackt. So, fange ich mal heute links an. Also, gefühlt eine halbe Tonne Tüten später. Bergeweise Teller. Auf jedem Teller diverse Tüten, die ich darauf gemacht habe. Ein System habe ich nicht gefunden. In so Tüten sind große, aber auch teilweise kleine Teile in einer und derselben Tüte drin. Also, ein System habe ich nicht gefunden. Und dann die erste Ernüchterung. Ich glaube, ob das in der Anleitung drin stand oder das weiß ich gar nicht. Also, die ganzen Aufdrucke, die ihr hier seht, die sind natürlich nicht dabei. Das heißt, hier gibt es keinerlei Aufkleber. Und nur einen einzigen Print. Seht ihr diese süße Einer-Flieschen? Das ist der einzige Print, der dabei ist. Liebe Community, falls irgendeiner von euch sowas gebaut hat oder sowas kann, ich hätte gerne entweder Aufkleber oder auch diese Nassschiebebilder. Wenn mir einer das für eine schmale Mark machen könnte, nehmt bitte Kontakt mit mir auf. Also, das hätte ich wirklich gerne. Weil ohne, als wenn da nicht Interceptor draufsteht, ja klar, kann man bauen, man erkennt es auch, aber das sind doch die Dinge, die das Ding irgendwie ausmacht. Hm. Schauen wir mal, wie es beim Bauen sich entwickelt. Im Moment bin ich noch ein bisschen sehr zwiegespalten. Bauschritt 1. Kann man das überhaupt sehen? Da steht quer drüber Copyright 2023 Mr. Platinum All Rights Reserves. Reserviert. Gerne. Aber das muss man noch nicht auf jeder Seite drauf haben. Das ist aber jetzt ein bisschen nervend. Also im Moment, ich bin beim zweiten Bauschritt und schon leicht angefressen. Das Modell muss es wirklich gut geben, sonst bin ich unzufrieden. So, das erste Fazit. Das sind jetzt zwölf Bauschritte. Mit dem Ding wird etwas weitergebaut. Die Steinequalität würde ich sagen durchschnittet. Klemmkraft ist gut. Konstruktion bis jetzt ist allerdings gut. Das könnte wirklich etwas werden, was stabiles werden. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bauschritt 22. Also die Bauweise ist, man baut anscheinend kleinere Module und die baut man dann wieder zusammen. So ist hier die Heckpartie als Modul gebaut worden. Jetzt ist hier die Achsaufhängung als Modul gebaut worden. Und die kommt da so gleich rein. Das mache ich aber auch in Ruhe mit, wie gesagt, mit zwei Händen, bohre ich das wieder zusammen. Die Klemmkraft der Steine ist gut. Die Passgenauigkeit der Steine ist gut. Aber wenn man sich die anfasst, ich finde die Haptik teilweise der Steine ist, nehmen wir es mal vorsichtig, gewöhnungsbedürftig. Preis hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Ich glaube 79,95 oder so. Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht mehr genau, was ich dafür bezahlt habe. Ist aber ein Mock, also My Ohm Creation. Wird daher eine sehr kleine Auflage sein. Und so wie das aussieht und so wie das verpackt war, scheint das alles per Hand abgepackt geworden zu sein. Dann finde ich, geht das in Ordnung. So, Bauschritt 165, mal ein kleiner Zwischenstand. Das müsste die Rückbank sein. Hier sind die Türen wohl nur angedeutet. Reserverad, riesengroß hinten drin. Wenn hier an diese Säule das Lenkrad reinkommt, bin ich unzufrieden. Weil, das ist Australien, das muss ein Rechtslenker werden. So, tatsächlich ein Linkslenker. Eigentlich ist das aber eine australische Serie. Und dann müsste das eigentlich ein Rechtslenker sein. Oder bin ich jetzt völlig von der Rolle? Bauschritt 188. Vordersitze sind mittlerweile auch drin. Und der Wagen wird eine funktionierende Lenkung bekommen. Bauschritt 239. Der Vorderwagen. Der V8. Und der kommt da hin. Den muss ich gleich nur noch ein bisschen festdrücken. Frontscheibe. Armaturenbrett. Ohne Aufkleber, ohne Prints. Geht in diesem Fall, weil das würde man später sowieso kaum sehen. Was ich aber gut finde ist, wenn man das da reinbaut, muss ein Stift in diese Dinger hier reingreifen. Und zwar hier innen drin. Das haben sie da deutlich gemacht durch Klick. Weil man kann es nicht sehen. Man kann es auch nicht zeigbar machen. Irgendwie gekennlich machen. Und das ist die Idee mit Klick. Total toll. Bauschritt 317. Die Tür wird auch ein bisschen komisch gebaut. Von oben nach unten. Komisch. In der Bildmitte seht ihr das weiße Gummiband. Hightech-Feature. Man kann die Tür aufmachen. Und dann schwupps die schon automatisch ein bisschen wieder zurück. Naja, ein bisschen halt. So. Motorraum. Schön auch hier mit den Farben. Die kommen wirklich gut wieder. Und hier wieder ein kühler Frontpartiegrill. Und der wird jetzt hier mal reingedrückt. Kriegen wir natürlich mit einer Hand wieder. Doch, kriegen. So, halbwegs. Klick, klick. Also, viele, viele verschiedene Bautechniken. Sehr schön. Die Dinger habe ich eben ein bisschen gesucht. Die sind nämlich bei den Reifen drin. Also, wie kann man solche kleinen Teile sind auch mal bei riesengroßen Teilen drin. Also, eine Sortierung. Ich habe noch kein System gefunden. Bauschritt 421. Motorhaube ist fertig. Und auch hier die Frontpartie. Die ist sehr, sehr markant, finde ich, für den Interceptor. Sehr, sehr gut wiedergegeben. Da muss ich sie gleich reinklemmen. Und da klemmt sie drin. Und so. Kommt total gut rüber. Bauschritt 427. Heckklappe. Also Kofferraumdeckel fertig. Soweit ganz gut. Die Form kommt schön rüber. Allerdings Scheibekratzer und hier diese 2x6 Plates. Die sind extremst verkratzt. Das ist nicht so hübsch. So, fertig. Das ist an Teilen, was übrig ist. Und so ein Teil, nur eine Noppe kürzer, hat mir gefehlt. Das heißt, entweder es ist eine falsch eingepackt worden. Oder aber, ich habe mal wieder irgendwo was falsch gebaut. Da ich aber in meinem Fundus so einen Kürzer hatte, schwamm drüber. Ich habe eine Felge über. Naja, warum auch nicht. Aber es dreht sich nicht um die Teile, die über sind, sondern da drum. So, der Blick von schräg oben. Von vorne. Absolut markant. Also wirklich sehr, sehr markant. Hier die Schnauze. Also super getroffen. Die Seitenansicht. Diese Tür hängt ein klein bisschen. Auf der anderen Seite ist das gleich ein bisschen besser. Schön mit den Farben. Gelb, Rot, Weiß, Dunkelblau. Kommt total super rüber. Heckpartie. Ja. Gut. Die eine Seite hängt, dafür hängt er hier ein bisschen zu. Und das ist die andere Seite. Also, Mad Max. Total klasse. Zwei, drei Dinge muss ich leider bemängeln. Also erstmal jede Menge Bauspaß. Da gibt es erstmal gar nichts. Viele Details, schöne Bautechnik. Aber warum hier und da jeweils eine Noppe ist, da hätte man doch auch so ein Käsestück machen können. Und hier entweder ein Käsestück oder sogar ein Vierking. Ein Käsestück hätte gepasst. Hier oben auch drei Noppen jeweils. So. Nun muss ich sagen, kann man lassen. Frei nach dem Motto sind ja schließlich Klemmbausteine. Darf man auch mal erkennen, dass es Klemmbausteine sind. Aber zwei Dinge, die mich wirklich stören, habe ich da schon gesagt. Die Aufkleber, also Sticker. Also hier Nummernschilder. Der Aufdruck Interceptor fehlt auf jeden Fall. Das Emblem. Aber was ganz, ganz schlimm ist, finde ich persönlich, das ist ein Linkslenker. Und die Interceptor von Mad Max Teil 1, also diese Fahrzeuge in der Farbe, das sind Rechtslenker. Das Ganze spielt in Australien und hätte ein Rechtslenker sein müssen. Ansonsten, wenn man das einfach ignoriert. Ist das ein total klasse Modell. Hat Spaß gemacht.